Ich freue mich riesig auf die DWC User und Leser. Der Rudolf Blüchelt hat mich angerufen und hat gesagt, Martin, kannst du uns hier in diesen besonderen Zeiten unterstützen? Da habe ich gesagt, na klar kann ich das machen. Und von daher freue ich mich, dass wir einmal ein Webinar anbieten, Dreiviertelstunde Stunde, was wir ohne Berechnung für euch durchführen, um euch zu zeigen, wie kannst du Akquise in der Krise machen. Denn Krise bedeutet keinenfalls Stillstand für Marketing und Vertrieb, denn ohne Kunden und Aufträge können Krisen nicht überstanden werden. Jetzt kommt es darauf an, zu welcher Sorte von Verkäuferinnen, Verkäufern und Unternehmern du gehörst. Die, die den Kopf in den Sand stecken und Vogelschrauß-Politik machen oder die, die ihr Schicksal weiterhin selbst in die Hand nehmen als Unternehmer, Unternehmerin, als Verkäuferinnen und Verkäufer und sagen jetzt erst recht. Du wirst lernen in dem ersten Webinar, wie du Neukunden trotz dieser besonderen Zeiten akquirierst, wie du deine Bestandskunden sicherst und ihnen ein starker Partner an ihrer Seite bist und drittens wirst du sehen, wie du deinen Umsatz und dir auch deine Margen für die Zukunft sichern kannst. Du bekommst also ganz viel praktische Tipps, Strategien und Chancenerkennung aus über 30 Jahren Unternehmertum und über 40 Jahren Vertrieb von mir für dich. Und ich sage dir eins, ja, wenn du danach sagst, wow, da war so viel drin, dann hat der Rudolf noch einen draufgesetzt, gesagt, Martin, komm, wir machen für ein kleines Geld nochmal zweimal anderthalb Stunden hier richtig Gas geben für meine Leute. Und da habe ich sofort gesagt, klar, mache ich dir. Also, seid dabei, in diesen besonderen Zeiten, euch im richtigen Mindset mit den richtigen Strategien, Techniken fit zu machen, dass ihr nicht nur durch die Krise gut kommt, sondern danach auch sofort wieder super durchstartet und die Chancen für euch erkennt. Freue mich sehr auf euch, euer Martin Limbeck.